Herzlich Willkommen, liebe Freunde, Investor und Newcomer. Was geht denn ab, Leute? Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Start in diesen wunderschönen, sonnigen Tag. Bitcoin ist unter die 24.000er Marke gefallen, Ethereum unter die 1.900er Marke. Wie wir sehen können, sind wir ein kleines bisschen im Minus in der gesamten Marktkapitalisierung. Sind jetzt wieder unterhalb der 1,15 Billioner Marke. Rot sehen wir in der 24-Stunden-Ansicht fast überall, weil, wenn man hier runterscrollt bei den Top 100, hier und da mal einige im Plus, ist es jetzt vorbei. War es das mit dieser Rallye? Natürlich gibt es auch bei Rallye Korrekturen. Das ist eine ganz normale Sache. Genauso wie das für mich noch keine Bestätigung ist, diese Rallye, dass der neue Bullrun begonnen hat, so wie viele behaupten, ist diese kleine Korrektur auch für mich keine Bestätigung, dass eventuell diese Relief Rallye vorbei ist. Darum, das sind ganz normale Dinge, die passieren. Wir haben diese Zickzacks, wie ihr wisst, in den Charts. Nicht zu überhypen, auch nicht jetzt zu depressiv werden. Aber, aber es gibt einige News, die mich dazu verleiten, dass ich meine Ethereums verkaufen werde. Alle meine Ethereums werde ich bei einem bestimmten Preis verkaufen. Das werde ich euch gleich zeigen. Und meines Erachtens noch wird es nicht allzu lange dauern. Das hört sich natürlich so dramatisch an. Alle meine Ethereums, ich besitze nur einen Ethereum. Den habe ich bei 130 Dollar ungefähr gekauft gehabt. Der ist natürlich jetzt sehr, sehr stark im Plus. Aber was verleitet mich dazu? Darauf gehen wir gleich ein. XRP bzw. Ripple, neue Partnerschaften zwischen Japan und Thailand, werden grenzüberschreitende Transaktionen möglich sein, über natürlich On-Demand Liquidity. Wir haben eine Fetzerei im Influencer-Bereich in den USA. BitBoy verklagt jetzt jemanden wegen letztendlich in Anführungsstrichen Rufmord. Goldbarren bzw. physische Goldverkäufe gehen extrem durch die Decke. Was alarmierend natürlich ist. Das Verhältnis zu den Einnahmen, zu den Gehältern, die die Menschen zur Zeit haben und der Hypothekenzahlung ist komplett ausgerastet und zu einem Niveau, die den 2008er Finanzkrise-Bereich komplett in den Schatten stellt. Gucken wir uns mal an, Leute. Gucken wir uns mal, in welche Richtung das geht. Das Video werde ich kurz halten. Bei den Charts werde ich ein kleines bisschen drauf eingehen, warum ich genau diese Preistargets bei Ethereum wähle, wenn ich komplett rausgehen werde. Und in diesem Sinne, genießt das Video, Leute. Okay, gucken wir uns mal an. Was ist denn hier los? Crypto-Youtuber BitBoy verklagt hier Etosi, dessen Name Erling Mengshol ist, weil er sagt, der hat letztendlich Rufmord begangen, er hat meinen Ruf geschädigt, er hat meinen Business geschädigt und er hat negative Einstellungen mir gegenüber verursacht, weil er behauptet hat, dass BitBoy sehr viele Scams den Zuschauern empfohlen hat und dass es dem letztendlich egal ist, ob die Zuschauer verlieren oder nicht und dass er halt letztendlich nur gewinnen möchte an seinen Zuschauern. Das lässt sich BitBoy jetzt nicht mehr gefallen und hat ihn verklagt. Es gibt einen, der heißt ZechXBT. Ich bin mal drauf gegangen auf Twitter und der hat tatsächlich sieben Scams präsentiert mit einigen NFT-Plagiaten, die BitBoy begangen hat. Und diese sieben Scams, ja, das sind schon krasse Scams gewesen. Da wurden kurz nachdem, wo BitBoy diese Scams beworben hat, komplette Rugpulls betrieben oder die sind komplett verschwunden dann und BitBoy hatte dann sowas gesagt wie, ja, das ist meine allererste und sicherste Krypto-Anlaufstelle und war halt ein bisschen kontrovers. Wollen wir mal gucken, wie das Ganze hier ausgeht. War auf jeden Fall interessant zu sehen, dass sowas auf einmal kommt. Der BitBoy zeigt sich eigentlich immer so, ach, ist mir egal, sollen doch Leute kritisieren und tun lassen, was sie möchten. Aber jetzt scheint ihm das langsam genug zu sein und er verklagt einfach mal die Leute, die seines Erachtens nach seinen Ruf, seinen Business und seinen Charakter letztendlich, wie er sich in der Öffentlichkeit hat präsentiert, kaputt gemacht haben. Gucken wir mal. Das hier ist natürlich super, super interessant. Wir haben grenzüberschreitende Zahlungen mit einer Partnerschaft zwischen Japan und Thailand und das sind nicht nur irgendwelche kleinen Banken, die das machen. Das ist SBI. Das ist SBI Remit, die zur SBI Global Group gehören und die haben sich jetzt verpartnert mit Siam Commercial Bank und werden über Ripple Net Technologie und On-Demand Liquidity über 40.700 Thailenden, die in Japan wohnen, die Möglichkeit geben, über einen Automaten, also über so einen Geldautomat, über ein ATM. Zahlungen in Sekundenschnelle und wenn es Zahlungen in Sekundenschnelle sind oder Transaktionen in Sekundenschnelle, redet man auch von Settlement, von Abrechnungen direkt. Sonst wäre das gar nicht möglich. Das heißt, mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit wird XAP hier auch im Spiel sein. Vorher konnten sie diese Transaktion meistens nur mit Cash durchführen und jetzt können sie es innerhalb von Sekunden zu wesentlich, wesentlich kleineren Gebühren über ATMs selber durchführen. Es geht weiter in die richtige Richtung mit Ripple und das war das, was so alarmierend ist. Die blaue Linie repräsentiert hier die die Hypotheken Zahlungen. Die rote Linie ist der Prozentsatz von Einkommen der Menschen zu diesen Hypotheken Zahlungen. Jetzt schaut euch das mal an. Zum allerersten Mal haben wir, was heißt zum allerersten Mal, also zum ersten Mal, wo das so stark ausgedriftet ist, war in dieser Phase. Und was war das für eine Phase? Das war die 2008, 2009 Wirtschaftskrise. Verursacht durch diese Immobilienblase. Und was ist hier passiert? Wir sehen eindeutig, die Einnahmen der Menschen, die haben langsam aufgehört, beziehungsweise die haben hier nicht mehr gereicht, um die Hypotheken zurückzuzahlen. Und das hat schon so einen starken Crash verursacht gehabt. Was ist jetzt los, Leute? Jetzt schaut euch das mal an. Also wenn das hier so ein kleiner Drift schon dafür gesorgt hat, dass wir so eine starke Wirtschaftskrise gesehen haben, relativ stark. Ja, was wird dann jetzt passieren? Wie sieht denn das jetzt aus, Leute? Guckt euch das mal an, was für ein Updrift das ist. Sieht nicht positiv aus. Sieht nicht positiv aus, Leute. Und das hier hat mich mal wieder komplett umgehauen. Wir hören über Celsius, wir hören über Voyager, wir hören über BlockFi, Free Arrow Capital, wir hören über Terra Luna. Das hier nimmt schon wieder neue Höhen an. Also der gute Maschinski, der hat bei Celsius einen Tag, bevor das FED-Meeting im Januar war, beziehungsweise kurz davor, hat er die Bitcoins, alle Investoren, die auf seiner Plattform waren, er hat die Bitcoins genommen, hat die verkauft, hat darauf spekuliert, dass die Kurse kurz vor diesem FED-Meeting komplett durch die Decke steigen, was dann nicht passiert ist, wie wir sehen können. Wir haben einen starken Drop gehabt und hat am nächsten Tag im Minus diese Bitcoins wieder zurückgekauft. Damit man halt nicht erkennt, dass die Bitcoins weg sind. Das war natürlich einer der Gründe, beziehungsweise Gründe, warum er Milliarden verloren hat, über Millionen und warum letztendlich durch viele verschiedene Effekte dann Celsius pleite gegangen ist. Darum Leute, passt bitte auf, wo ihr euer Geld hinschickt. Egal welche Plattform es ist, ich traue nur meinem Nanoleger X. Link in der Videobeschreibung, kostet euch nicht einen Cent mehr. oder die sind versichert, weil, schaut euch das an, sowas passiert. Sie spielen mit euren Kryptos, ohne dass ihr es wisst. Richtig widerlich und sowas kommt einfach nur in der Klage jetzt raus, wo der drin steckt. Das hier ist auf jeden Fall etwas, worauf wir achten sollten. Das ist der S&P 500 und das ist der 10 Tage gleitende Durchschnittswert, wenn es darum geht, ob Calls oder auf Puts gelegt werden und wie man sehen kann, sowohl Hedgefondsmanager als auch Retailinvestoren wetten hier gegen den Markt. Die sagen, nein, wir wetten eher auf einen fallenden Kurs, wie wir hier sehen können. Sehr, sehr starker Anstieg und hier wird gesagt, ja, das ist 2020 auch passiert. Wir haben diese Höhen erreicht, die wir 2020 hatten, hier bei der Corona-Phase und da haben auch die meisten gegen den Trend gewettet, dass wir hier langsam Anstieg hatten, haben gesagt, wir werden weiter fallen und die wissen, was dann passiert ist. Wir haben eine riesen Rallye hingelegt, All-Time-Highs gesetzt. Ich bin der Meinung, dass es jetzt nicht sofort nach unten gehen wird. Ich bin der Meinung, wir werden noch einen weiteren Anstieg sehen. Ob wir beim S&P 500 auf einen Blow-off-Top kommen, das weiß ich nicht, aber ich glaube, dieser Anstieg wird künstlich weitergehen, obwohl die Wirtschaft komplett am zerbrechen ist. Es wird noch künstlich aufrechterhalten und dann wird das Ganze auch platzen, aber wie es platzen wird. Die Frage ist einfach nur, wann. Aber diese Relief-Rallye hört jetzt nicht einfach so auf. Und das hier ist natürlich ein extrem, extrem gefährliches Zeichen und gibt uns eine sehr, sehr starke Warnung. Schaut euch das mal an. Das ist der 200-Tage, der 100-Tage und der 50-Tage gleitende Durchschnittswert, wenn es darum geht, wie viel physisches Gold entnommen wird. Und jetzt schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Also es sieht aus, als ob in Panik versucht wird, Gelder in Gold zwischenzuspeichern. Das ist gefährlich, Leute. Ich habe es euch gezeigt gehabt, dass mehrere große Regierungen, sowohl China, Indien, die ganzen Brickstaaten, die stapeln ihr Gold auf, die stacken ihre Goldreserven auf. Während wir hier über uns irgendwelche komischen, komischen Dinge Gedanken machen, laden diese riesen Regierungen ihre Goldreserven auf, um sich abzusichern gegen einen kommenden Crash. Viele, viele folgen dem jetzt auch. Das sind extrem starke Warnzeichen. Das sind extrem starke Warnzeichen, Leute. Sieht für mich nicht so positiv aus. Und jetzt kommen wir zu der Thematik, warum ich mich von den Ethereum trennen werde. Die Ethereum-Miner wollen sich nicht geschlagen geben. Die wollen im September kurz vor dem Merch ein Hardfog verursachen. Was wird das dann? Wird das dann Ethereum 3.0? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ihr versteht die Problematik jetzt halt. Die wollen sich einfach nicht geschlagen geben. Die sagen auch, hey, wir werden nicht Ethereum Classic nutzen, weil das Ganze nicht so skalierbar ist, weil das Ganze nicht so stabil ist. Es hat zu viele Lücken, wie es in der Vergangenheit gezeigt hat. Und das brauchen wir nicht. Wir bleiben bei Proof of Work und wir werden einen Hardfog verursachen im September, genau dann, wo ihr euren Merch durchführen möchtet. Und eine Sache dürfen wir nicht vergessen, sollten die Ethereum-Preise dann extrem in den Keller gehen, werden die Ethereums, die gestaked sind, sechs bis zwölf Monate verriegelt sein. Dann kommt man nicht daran. Und ganz ehrlich, das möchte ich mir nicht antun. ich werde Ethereum bei ungefähr einem Preis, wenn wir über die 2100 Marke kommen, werde ich dort einen Stop-Loss setzen. Sollten wir da drunter fallen, dann wird das Ganze ausgelöst. Schauen wir uns mal an, das ist Ethereum im Weekly Chart. Wir testen hier genau den 21er wöchentlichen glättenden Durchschnittspreis bei Ethereum an. Schaut euch das mal an. Wir haben den einfach mal komplett angenäht. wenn wir uns angucken, wo wir uns Fibonacci-technisch befinden, von dem tiefsten Punkt gezogen, dann haben wir wirklich Key Level hier erreicht gehabt, angetestet und gehen jetzt weiter nach oben. Schaut euch das mal an. Wir haben hier die 78,6 einmal angetippt. Sind hoch, befinden uns gerade genau bei dem Golden Ratio, bei der 61,8. Ja, in welche Richtung kann es jetzt gehen? Entweder wetten wir darauf, das ist ein Reversal, der Bullruns startet, was ich nicht glaube. Ich glaube, das ist eine Relief Rally. Die Frage ist halt, in welche Richtung wird sie gehen? Wir haben hier diesen Bereich, diese Trendlinie, die wir uns gesetzt haben, diesen Support Bereich, einmal angedippt, sind hier überhalb dieser Resistance Niveau, sie halten uns beziehungsweise darüber auf, haben auch hier Resistance gefunden, sind dann durchgeschossen auf die obere Grenze und dann eingesagt. Ich finde, es ist nicht so positiv, wie sich das einige gerne ausmalen. Wenn wir uns das einmal angucken, Swing High, Swing Low, wo befinden wir uns da? Das wären ungefähr auch diese Bereiche, die 1400er Bereich, wo ich denke, bei der 38,2 dort um den Dreh werden wir einsacken, wahrscheinlich noch ein kleines bisschen vorher und es gibt noch ein weiteres Zeichen, was uns in der Vergangenheit eigentlich immer gezeigt hat, dass Ethereum einknicken kann, das ist das hier, das ist der monatliche Chart von Ethereum und und dem Bullrun 2017 war dieser Bereich hier komplett erreicht, der Tiefpunkt, als wir mit dem 13er monatlichen gleitenden Durchschnittspreis unter die 21er geraten sind, das waren hier die Bottom Bereiche und dann hat das eine ganze Weile gedauert, bis wir wieder hoch gegangen sind. Wir sind kurz vor der Kreuzung, wie wir hier sehen können, darum glaube ich, das ist eine Relief Rally und wir werden danach noch eine stärkere Korrektur sehen, wenn wir die Kreuzung hier eventuell erleben, das Volumen scheint hier auch Monat für Monat einzusacken und spielt hier nicht wirklich mit. Gepaart jetzt damit, dass die Ethereum Miner so einen Stress machen und jetzt kurz vor dem Merge diesen Hardfog verursachen möchten, sind das für mich sehr signalisierende Zeichen und ich werde in den Preis Bereich, wenn wir bei Ethereum reingehen, hier in diesen Balken bei der 1100 und 1300 hier in diesen Bereichen, also sobald wir dort reingehen bei der 1100 setze ich einen Stop Loss. Sollte das dann ausgelöst werden? Ja, kein Problem. Sollten wir doch höher gehen und hier eventuell noch diese Bereiche antesten, 3000er Bereiche, habe ich kein Problem damit. Wir wissen nicht wie weit das hoch gehen kann. Ich werde den Stop Loss erstmal nur hier setzen. Falls es nicht mehr drunter gehen sollte und weiter hoch geht, habe ich noch die Möglichkeit das weiter oben zu schließen. Aber ich finde das etwas alarmierend, was da passiert. Schauen wir uns mal an, was hat der US-Dollar-Index gemacht? Das sieht mir ziemlich stark nach einem Reversal aus, was kommen kann. Heute zwar immer noch positiv der Chart, aber dieser starke Oscillator hier, den wir gebildet haben, der weist eigentlich eventuell darauf hin, dass wir einen Einsturz sehen können. Sollte das passieren, würde es noch mal bestätigen, dass wir die Relief Rally auf den Märkten provozieren können. In China der CSI 300 Index schießt heute gut nach oben, der Nikkei explodiert. Wir sind gestern hier noch unterhalb der 70,2 Fibonacci Retracement gewesen, komplett durchgebrochen und sind auf dem Weg auf die 78,2 Das sind extrem positive Zeichen. Also der Nikkei scheint wirklich der Erste zu sein, der hier diesen Blow auf Top provoziert. Der DAX zeigt sich heute ein bisschen verhalten, geht runter in den roten Bereich. Jetzt wollen wir mal abwarten, was der Dow Jones und der S&P 500 macht. Meistens reagieren diese nicht so gut, wenn der US-Dollar Index anfängt zu steigen, aber bis zum Ende des Tages kann hier noch viel passieren, wir können noch einen Umschwung ins Rot sehen, so wie es auch gestern passiert ist. In diesen Bereichen wird auch Bitcoin wahrscheinlich negativ reagieren, so war es in der Vergangenheit immer, US-Dollar Index steigt, Bitcoin und der S&P 500 fällt. wollen wir jetzt einfach mal abwarten und sehen, das Signifikantere war für mich Ethereum, denn Ethereum hat das Ganze eingeleitet mit der Relief Rallye, wie weit wird es gehen, dieser Hardfog, der jetzt kommen wird, es stimmt mich einfach negativ. Darum werde ich mich von meinem Ethereum trennen, Leute. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag, wir sehen uns heute am beim Livestream Leute und Crypto Heroes out.